Snake? Snake? Snake! Ah, da kommt einer hier. Moment, dann nochmal jetzt. Speichern. Moment, ich kann auch mal speichern einmal. Yeah, will ich in der Luft hängen. Aber wir sind wenigstens nicht gestorben, weil wir beide gleichzeitig runtergefallen sind. Ja. Springen. Also die eine... Oh, verdammt. Oh, wenn wir sterben, müssen wir nochmal direkt von Anfang an alles. Egal, das Level ist trotzdem entspannend. Wir müssen immer versuchen, gleich zu bleiben. Mhm. So, hier, aufpassen. Warte. Einfach fallen lassen, bis sie... Hä? Wieso bin ich jetzt da durchgefallen? Ich hab keine Ahnung. Schön. Ja, es war knapp. Ich wär schon fast von ihrer Schnauze geflogen. So. Hier einfach warten. Und hier einfach warten, bis sie kommt und dann erst springen. So. Ja. Ducken. Hoch. Hier hoch. So, noch nicht. Und wir müssen einfach gleich rüberspringen, wenn die andere kommt. Ja. Jetzt... Oh. Achso, die geht so. Ducken. Ducken. Hoch. Hoch. Exit. Oh. Was? Was zum Instant-Death-Spikes? Moment. Ich hab keine Leben mehr. Ich seh's. Ich mach trotzdem safe. Okay. Weiter? Oh Gott. Ja. Komm mal weiter. Moment. Darüber müssen wir. Merke ich gerade. Achso. Nach oben. Nein! Entspannend! Was sagst du? Ja, der erste Teil war entspannend. Ah, du hast jetzt auch Game Over. Also, wir sind wirklich auf unseren letzten beiden Leben gerade. Mhm. Okay, ich hab noch eins mehr. Dann wollen wir mal. So. Nein. Hoch. Und rüber. So. Dann hier hoch. Egal, lass das. Ich hab ja noch ein Leben zum Verschwenden. Ejaja. Ejaja. So, und hoch. So, und jetzt müssen wir gleich springen. Und du... können. Und einfach auf die andere runterfallen. Kommt die von unten dann? Ja, ja. Ich hab da das Loch gesehen. Ah, okay. Gut. Ja, es ist machbar. Im Gegensatz zu dem davor. Ja. So, und rüber. Rüber. Hier rauf. Und auf den Kopf. Oh, geil! Irgendwie? Du warst zu hoch. Ja, wahrscheinlich. Ich wollte zu viel! Mhm. Dann mal weiter. Und rüber und hoch. Jetzt erstmal kurz warten. Und jetzt. Schön. Springen und ducken. Ja, wie geil das aussieht. Surfering in den USA. Springen! Kleiner Sprung, aber... Ja. Wo bist du denn gegangen? Gegen den Stacheln oben? Nee, gegen den unteren. Bin ich irgendwie drauf gelandet. Achso. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Na dann. Aber es schaut okay aus. Das ist so ein Level... Ja, wie gesagt, das ist... Im Vergleich zu dem Level von eben ist... Kommt mir nichts mehr erstmal schwer vor. So. So, jetzt müssen wir schauen. So. Ich bin jetzt durch die Schlange durchgeglitscht. Okay, dann hoch. Komm, wir spielen Snake. Ja. Snake für Fortgeschrittene. Snake für Profis. Nee, das bin ich durch die... Geil. Okay, also wir dürfen nicht auf ihrer Schnauze stehen, wenn sie nach oben geht. Wenn sie uns sonst runterschmeißt. Mhm. Richtig. Schwule Schlange. Schwule Schlange. Das heißt, wir sollten vielleicht ein bisschen zurücklaufen, wenn die... Genau. Blaue, grüne Schlange... Keine Ahnung, was für eine Farbe das ist. Ich habe auch nicht so drauf geachtet. Die steht auf dem Kopf gerade. Stimmt. Jetzt kommt sie nochmal wieder raus. Jetzt kommt sie nochmal wieder raus. Willst du hier ein bisschen zurücklaufen? Einfach so. Genau. Und trotzdem bist du zuerst gestorben. Schön. Ja. Ich würde gleich am Anfang von der Schlange ein Stückchen zurücklaufen. Okay. Dann dürften wir das Glitchproblem nicht so haben. Was war das denn gerade? Ich habe keine Ahnung. Nee, 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 nee. So, hier jetzt gleich ein bisschen zurücklaufen, jetzt. Jetzt. Weiter. Okay. WoWOW! Nicht dann noch weglaufe! Ich würde sagen, wir laufen von der Schlange so lange weg, bis die Schlange über uns da ist. Weil das anscheinend gut geklappt. Ich weiß nicht. Aber man müsste ja nicht noch drüber springen können. Ich würd's lassen, weil danach müssen wir irgendwie... Oh, scheiße. Ich hab vergessen, mich zu ducken. Jo, hast du. Da, la, la. Schönes Level. Yay. 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 Springen. Und ducken. Yay. Tanzen. So, noch ein bisschen zurück. Und weiter. Hier rüber. Hier hoch. Und dann laufen und nicht runterfallen. Ha, ich hab's geschafft. Oh, scheiße, ich hab geladen. Wär eigentlich nicht glücklich gewesen, aber... Ich weiß. Deswegen hab ich ja scheiße gesagt. Aber wie gesagt, das sind unsere letzten Leben dann gerade, ne? Hm. Also wenn nachher wieder so Kampfparts kommen, äh... Werden wir wohl auf Safestates sehr stark zurückgreifen müssen. Zurückkaufen. Hm, zurückkaufen. So, aber nur ein bisschen. Nicht, dass wir zu weit von der Schlange weg sind. So, dann hoch. Und... Laufen und hoch. So, jetzt nochmal laufen. Was zum... Äh... Wat? Was war das denn? Schön, wie du null Punkte hast. Mhm. Ja. Richtig. Mhm. Äh, ich... Ich glaube... Wir müssen, bevor sie diese... Diese... Ja, wie soll ich sagen... Diese Kante, diese Schleife macht, müssen wir noch auf ihren Kopf springen. Mhm. Okay. Nein! Wie du die oberen Stacheln erwischt hast. Wie die Stacheln auf mich stehen. Oder du eher auf sie. Bah. Wie du auf Stacheln stehst. Wow! Wie du gleich sterben wirst. Nee, doch nicht. Irgendwie nicht diesmal. Wie unfair du bist. Aber irgendwie bin ich diesmal nicht gestoppt. Eben hat's nicht geklappt. Jetzt. Und hoch. So. Und? Ah, bei mir hat's geklappt. Haha. Wie die mich einfach tötet, die Schlange. Du dumme Schlange. Ich spiel nie wie der Snake. Doch. Nur um dich zu töten. Du fliegst immer, läufst immer automatisch gegen die Wand, oder? Bei Snake. Schön. Ich mach nur noch gleich neu. Mhm. Wie ich nicht auf dieser Plattform gelandet bin. Gelandet bin. Fertig. Hopp. Und rüber. Und runter. Und Headbang. Runter. Ja, wir haben so ein bisschen Langeweile, ne? So ein bisschen. Wir spielen Snake und Headbangen dazu. Ähm. Wow. Äh, wo kommt die Schlange jetzt raus? Was zum? Wow. What? Okay, wir machen uns anders. Ich würde sagen, wir springen von der gelben gleich über die Stacheln. Genau, wollte ich auch gerade vorschlagen, weil ich glaube, die Schlange ist schnell genug, um uns da aufzufangen. Ich hoffe es mal. Mein Kopf steckte gerade in deinem Arsch. Und wieder Headbang. Wow. Natürlich. Ich fliege durch. Ich springe noch super schön durch und dann sterbe ich. Oh, natürlich. Ich hab mich gerade an der Nase gekratscht. Gekratscht? Gekratscht. Gekrasht. Du hast gerade die Nase gecrasht. Kann man eigentlich da auch sterben? Ja. Schön. Kann man da sterben? Weißt du was? Kann ich sterben, wenn ich meinen Kopf gegen Stacheln hau? Ich hoffe gerade, ich nehm auf. Ich hoff's auch. Für dich. Soll ich mal eben nachgucken? Mhm. Bitte. Gut, dann kurze Pause. Und wieder weiter. Ich nehm mir doch auf. Äh, ja. Und springe nicht. Schlange. Spring. Und ducken. Und Headbang. Hey. Runter. Und rauf. Äh, raufen, ja. Laufen. Und sterben. Also, nochmal. Hier rüber. An die Schlange. Ringen. Runter. Sterben. Warum auch immer. Ich hab mich gebückt. Geduckt. Bück dich. Befäng ich dir. Ah, schön. So. Hier. Ich bück mich. Äh, duck mich. Mann. Ich bück mich. Schön. So. Jetzt sind wir hier. Und hoch. Jetzt ist mal hoch und. Genau. Und. Rüber. Und jetzt. Rüber. Ducken. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Nein. Nein. Nein.